Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir machen heute nur ein kleines, kurzes Video. Ich werde nichts bauen eigentlich, sondern ich möchte nur so ein kleines bisschen was erklären zu dem ganzen Themenbereich hier. Ich möchte nämlich erst weitermachen, wenn die Beta da ist, also quasi morgen, weil ich mich einfach schon so dermaßen auf die neuen Inhalte freue und vor allem auf die neuen Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn ich das jetzt alles zubaue, dann glaube ich, habe ich ein Problem, dass ich die Sachen, die ich vorhabe, sofern es so funktioniert, wie ich es im Video verstanden habe, ja, da hätte ich ein paar bisschen, oder hätte ich ja, hätte ich ein bisschen Platzprobleme eigentlich, so muss ich sagen. Jo, ich würde sagen, wir machen eigentlich, das Video werden jetzt vielleicht auch so 5, 10 Minuten höchstens vielleicht, auf alle Fälle so ein bisschen erklären zu dem ganzen Bereich hier. Man sieht ja allmählich schon so ein bisschen, was es werden soll eigentlich. Hier unten habe ich natürlich auch noch nicht weitergemacht, großartig, das ist immer noch ein ziemlicher Haufen. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt da dann auch in der Beta, ja, neue Objekte mit dabei sind, die wo ich bauen kann, um das hier ein bisschen schöner zu gestalten. Deswegen geht es hier in erster Linie auch mal noch nicht weiter. Hier auf der Seite zum Beispiel, ja, ist natürlich auch noch nackig. Also das bleibt dann auch so. Also der Bereich selbst hier vorne wird wahrscheinlich so bleiben. Der Weg hier kommt weg. Und wir werden anschließend hier entlang, wobei die Frage eigentlich ist, ob ich das allgemein nicht ein bisschen verändere. Bedeutet, dass ich sage, okay, ich fange mit dem Weg hier drüben an und mache den hier komplett weg. Ich glaube, das wäre vielleicht eine Option. Hier drüben habe ich geplant, also ich möchte natürlich auch den Ägyptenbereich mehr als wie hier jetzt ist, wirklich vergrößern. Ich habe sie hier schon mal eingezeichnet eigentlich und wird es definitiv dann auch bis hierhin laufen, der Bereich. Ich werde hier hinten eventuell, da muss ich dann auch nochmal gucken, wie das mir ausgeht vom Bauen her dann, so wie ich es will vor allem, werde ich einen Inverted Coaster hinstellen. Da habe ich mir dann schon überlegt, so, naja, okay, wie könnte ich es machen. Und mir ist auch was eingefallen, wie ich es machen könnte. Und ich glaube, das passt hier mit dem dann wirklich sehr, sehr gut zusammen. Da allerdings, ja, gefühlt erst in den nächsten 20 Videos, ne, keine Ahnung, in den nächsten 15, ja, 20, klingt eigentlich spaßig, aber wird wahrscheinlich wirklich noch so lange dauern, weil dieses Projekt hier extrem viel frisst. Und, ich meine, ist ja nicht nur das hier, es geht hier drüben auch noch weiter. Und, ja, also, setzen wir mal 20 Folgen ungefähr an, dann könnte es, könnte es weitergehen da. Jo, ähm, hier vorne zum Beispiel, ich habe das Spiel nebenbei gerade laufen, ähm, weil ich ja gesagt habe, dass es performancemäßig so langsam nach unten geht. Ich meine, man sieht an manchen Stellen schon jetzt hier, wenn ich entlang fahre, dass es anfängt zu ruckeln. Ich spiele hier aktuell mit 20 Frames, ähm, an manchen Stellen allerdings bloß, mal kurz gucken, an manchen Stellen, ja, hier geht's mit 22, ist halt jetzt nicht wirklich gut. Hier, okay, hier steht eh nicht so viel, da spielen wir mit 30, ähm, hinten bei der Pyramide und, beziehungsweise bei der Sphinx dann, ähm, da spiele ich mit mehr, da sind es knappe, ja, knappe 40 eigentlich. Ähm, ist auch nicht okay, ich meine, wenn ich überlege, ganz am Anfang, wo ich gebaut habe, da bin ich bei über 60 gewesen und jetzt geht's doch sehr in die Knie. Ähm, ja, nochmal, um auf den Ägyptenbereich zurückzukommen, ich hab's schon gesagt, es wird nicht nur eine Sphinx geben, sondern ich werde auch hier definitiv eine Pyramide draufsetzen und nicht einfach nur eine Pyramide draufsetzen, sondern ich hab vor, dass man die Achterbahn quasi unten drunter in die Pyramide einfügt, bedeutet, dass es Gänge geben soll, wo man vorbeifährt und, ähm, dass es Kammern geben soll, aus denen, wo man raus, ähm, rausgeschossen wird quasi und dazu muss ich sagen, ich hab's nicht gewusst, aber das in der Beta kam mir dann schon sehr nahe, vor allem, ich hab jetzt nur nicht ganz mitbekommen, dieses Triggern kann ich jetzt auch bei Achterbahn einfügen oder nur bei diesen Themenbahnen jetzt, mit dieser, mit dieser Katze da, quasi mit dem Traktor, würde das bei den Achterbahnen auch gehen, dann, ja, dann hätte ich schon eine ganz, ganz andere Idee gleich und muss sagen, da hab ich echt Bock drauf, da hab ich echt richtig Bock drauf. Die Pyramide selbst soll, also, beziehungsweise, dieser, dieser Hückel hier soll von der Pyramide ungefähr die Hälfte sein, das bedeutet, rein von der, rein von der Höhe kommt die Pyramide ungefähr auf die Höhe, das heißt, ich möchte eigentlich über den Buckel von der Sphinx ein bisschen, ein bisschen drüber kommen, also, darf ruhig ein bisschen drüber hinaus schauen, da müssen wir dann mal gucken. Eventuell, was mir jetzt gerade so ein bisschen noch in den Kopf kommt, allerdings, glaub ich, wäre das nicht so, wäre das nicht so schön. Ähm, es gibt ja hier diesen Starflyer, allerdings, glaub ich, wäre der, was das angeht, echt ein bisschen zu groß, den, wenn man theoretisch sagt, man baut den hier in die Mitte mit rein, dass der aus der Pyramide noch rausfährt, ich glaub, das ist einfach übertrieben. Ich mein, man kann ja mal sagen, wie er es findet, am geilsten wäre eigentlich fast gewesen, hier dieser Freefall, weil er von der Grundplatte her natürlich wesentlich gemütlicher ist, wesentlich kleiner ist, alles andere macht nicht wirklich viel Sinn, oder, ich sag einfach, okay, äh, pass auf, das ist schon genug gebaut hier, da, lass mal einfach die Pyramide so, wie sie ist. Jo, so zu guter Letzt, eigentlich, weil es jetzt eh gerade so ein bisschen dunkel wird hier, mal ganz kurz gucken, ob man das hinbekommt, kurz gucken, auf was hier die, ah ja, das war's, okay. Also, die Kamera kann man ein bisschen, kann man ein bisschen, ähm, ändern. Schauen wir mal, jetzt gehen wir mal kurz aus Besuchersicht hier durch. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig, das Ganze, aber, um mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie das alles aussieht, mein, der Wartebereich ist meiner Meinung nach lang, wirklich sehr lang, aber, doch akzeptabel, finde ich, und, ich hab mir überlegt, da, wenn es dann auch noch so ein paar kleinere Details dazukommen, ähm, die, wo man für ein Ägyptenthema, beziehungsweise für den Ägyptenbereich mit hernehmen kann, dann würde ich das eigentlich ganz gerne machen. Ich meine, hier zum Beispiel auf der Seite, ein bisschen Beleuchtung würde hier noch ganz gut tun, oder irgendwie so eine Art Stein, oder so eine Art Block, oder sowas, hier oben sieht es ja wirklich schon, ähm, sehr schön gestützt aus, eigentlich sehe ich gerade, hier oben hängen schon Steine raus, ähm, egal, das könnte man eigentlich lassen, aber das so aussieht, als wenn hier irgendwo so ein bisschen was rausbreckelt aus der Wand, oder so, das wäre schon, wäre schon sehr, sehr cool. Hier vorne, ich habe ja gesagt, die, ähm, wer ist denn das denn? Die, die Geländer auf der Seite, die sollte man angeblich auch löschen können, dass keine da sind, aber ich weiß nicht, ob jetzt die mit Anfang der Beta kommen, oder ob die einfach da sind, wenn das Spiel voll heraußen ist, also, nächste Woche, glaube ich, oder? Nächste Woche, glaube ich, war es. Oh, dann kann man hier seitlich nämlich noch ein bisschen mehr verschönern, eventuell, mal gucken, ob man hier auch den Boden noch ein bisschen anders einstellen, dass man von diesem Dings nicht mehr sieht, sondern eigentlich so wie hier auf so ein, ja, auch so eine Steinbodenplatte. Ich finde, dass die Beleuchtung selbst, was das angeht, völlig ausreichend ist. Mehr hätte es eigentlich wirklich nicht gebraucht, sondern vielleicht sogar ein bisschen weniger. Sieht aus, als wie so eine Art, äh, so eine Art Ausgrabungsstätte. Schau mal, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Hier drüben zum Beispiel, da haben wir ja auch so ein bisschen verwachsen. Mal gucken, vielleicht kann ich das hier oben an der Decke noch weitermachen. Da müssen wir mal gucken, hier haben wir noch nichts stehen, ähm, außer hier ist eigentlich gedacht für so ein, für so einen Mahlstein. Aber, ich finde, das passt so auch schon ganz gut dazu. Hier hätte ich zwischendrin auch noch mal ein bisschen gerne irgendwas. Auch noch mal so ein paar kaputte Steine wären natürlich ganz cool. Schauen wir mal, wir sind mal frech, wir hüpfen über das Geländer. Ähm, gehen quasi hier weiter. Und wir kommen jetzt dann hier schon in diese, in diese Kuppel, in diesen, in diesen Bauch von der Sphinx. Ähm, die Lampen selbst, da werde ich noch ein bisschen weiter bis nach oben gehen. Ähm, die Fackeln selbst, hier seitlich, finde ich schon sehr cool, mit diesem, mit diesem Rot, was die dann so absondern. Ähm, ich will aber überlegen, ob ich vielleicht nicht noch die eine oder andere Fackel mit dazu mache, allerdings hier seitlich aus diesen Stützen rausstehen lasse. Hier, oh, hier in der Wand, da muss man dann auch mal ein bisschen überlegen, was wir da mit dazu machen, weil so ist es, ja, auch ein bisschen zu, ein bisschen zu langweilig, ein bisschen mehr Struktur könnte hier noch rein. Schauen wir mal, gehen wir mal hier entlang. Okay, hier ist natürlich seitlich noch offen, ich weiß. Die Wand muss ich eventuell mal noch ein kleines bisschen ausrichten, das gefällt mir nicht so ganz, wenn das hier, ähm, so seitlich raussteht. Ist nicht, ist nicht ganz so gut, gefällt mir nicht. Gut, gehen wir noch mal kurz vor. Hier haben wir natürlich noch mal kurz unseren Einblick, da sieht man so ein bisschen in die Halle mit rein. Schauen wir, gehen wir ein bisschen runter, wir sind ein kleines Kind, schauen durch. Ähm, kann man ein bisschen sehen. Ich bin momentan noch so ein bisschen am grübeln, so ein bisschen überlegen, was mache ich? Lasse ich die so, ähm, das Fenster, oder mache ich das zu? Mal gucken, ich meine, so ist die Spannung natürlich dann eigentlich schon fast wieder ein bisschen weg, oder? Mal gucken, schauen wir mal. Hier geht's weiter. Der Innenbereich, der Innenhof, oder der Bahnhof, muss ich eigentlich sagen, ist es ja, der ist natürlich auch noch wirklich nackig, da fehlt noch ein bisschen was. Die Wand sieht soweit schon mal ganz cool aus, bisschen mehr Struktur auch noch ein bisschen dazu. Ähm, an der Decke, da muss man mal schauen, ob ich von diesen, ähm, von diesen Bereichen quasi noch ein bisschen was mit dazu setzt, auch so ein bisschen quer in die Ecken laufen lasse. Und ich sehe gerade, die Sonne kommt wieder, und es scheint anscheinend hier durch. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie machen kann, dass das ein bisschen dunkler wird. Hier herinnen, ich weiß nicht, gibt's da irgendwas, um die Räume allgemein zu verdunkeln, oder so? Wäre natürlich schon sehr cool. Wir können hier mal kurz mit rüber gehen. Hier ist dann der, 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 ähm, der Lift wieder nach oben. So, wir sind mal so frei. Wir sind ein Mechaniker, und dürfen wir langlaufen. Wobei, ich muss mal gucken, dass ich hier von der Oberkante... Huch, na, da wollte ich nicht hin. ...dass ich hier von der Oberkante quasi, also... ...hier, dass ich auch so eine kleine... Na, sag mal, diese Steuerung funktioniert bei mir nicht so ganz. Dass ich auch so eine kleine, ähm, so eine kleine Rampe nach unten mache. Hier innen drin selbst ist es auch noch ein bisschen leer, meiner Meinung nach. Da müsste ich noch ein bisschen dekorieren, aber ich habe jetzt schon mal zugemacht. Ähm, kann ja aber so immer noch ein bisschen was hinbauen. Hier, die Seiten, glaube ich, die muss ich fast, die muss ich fast wegmachen. Schauen wir mal kurz, wie können wir hier ein bisschen seitlich fahren? Äh, da. Ähm, ein bisschen mehr Details würden hier noch fehlen. An der Stelle. Hier hinten ist er dann eigentlich eher der Arsch. Quasi. Da müssen wir dann noch zumachen und auch irgendwie gebogen das Ganze, ähm, zumachen. Die Durchfahrt selbst... Schade, dass es jetzt schon hell geworden ist. Die Durchfahrt selbst sieht... Finde ich cool aus. Hier mit diesen runterhängenden, ähm, Steinen habe ich eigentlich zuerst gedacht, dass es mich selbst stört. Ist allerdings gar nicht so. Bin ich fast ein bisschen überrascht. Es sieht eigentlich so sogar sehr cool aus. Hier drinnen fahren wir natürlich mit der schiefen, ähm, Schiene weiter. Hier haben wir noch ein bisschen Beleuchtung, die wo hier innen rein blenden soll quasi, dass man sieht, okay, hier man fährt um die, man fährt um die Kurve. Ich meine, klar, wenn es dunkler wäre, wäre es natürlich auch schön. Aber es soll ja eher so den, den, den rechten Weg zeigen quasi. Wir fahren dann hier entlang. Ach, übrigens, hier vorne werde ich, ähm, den, ähm, die Bremse wegmachen und einen Blockbereich reinsetzen. Das heißt, dann kann der Zug hier vorne schneller beladen werden, dann steht der gleich hier vorne. Sparen wir uns ein bisschen Zeit, theoretisch, ich habe es schon ausprobiert. Und ich kann einen Zug mehr einsetzen. Und das ohne, dass irgendwie was auf der Strecke stehen bleibt. Äh, huch. Da ist die Schiene wieder im Weg. Hier fahren wir dann weiter. Der Bereich hier wird dann wegkommen. Der bleibt nicht. Und hier geht es anschließend dann nach unten. Jo, hier haben wir unsere Wackelkurve. Ist auch nochmal ein bisschen beleuchtet, der Durchgang. Da habe ich nur überlegen, da werde ich das Licht wahrscheinlich, ich glaube, ich habe jetzt, ja, weiß habe ich das, man sieht es ja. Wird, äh, nicht weiß, sondern irgendwie auch so einen Orangeton machen oder so. Dass es ein bisschen, bisschen düsterer aussieht. Ich meine, das andere ist ein bisschen, ein bisschen, ein... Ja, ist ein bisschen zu klinisch fast, finde ich. Hier der Weg nach unten soll eigentlich... Da müssen wir dann auch gucken. Vielleicht funktioniert dieses Triggern hier hier dann ganz genauso. Aber, ähm, vom Prinzip her, auch wenn es nicht funktioniert, war trotzdem schon so geplant. Dass ich das so mache, ähm, dass man sagt, sobald der Zug hier an der Stelle ist, kann man so eine, eine kleine Mini-Erschütterung machen, Mini-Explosion machen. Und dann würde die Achterbahn quasi über diesen Track zappelnd hinüberfahren, also sprich, so eine Art Erdbeben simulieren eigentlich für diese, für diese Explosion. Und kommt dann anschließend gleich hier in diese, in diese, in diese, ähm, Pyramid, in diesen Bereich mit rein. Was genau, wie gesagt, möchte ich eigentlich noch nicht verraten, außer es wären verschiedene Bereiche wieder mit verschiedenen Kammern, verschiedene Szenarien. Ist mein Plan, ob ich es so umsetzen kann, ich weiß es nicht, also ich will noch nicht zu viel versprechen. Es ist jetzt momentan eher nur mein Plan, also es ist jetzt noch nichts, noch nichts safe. Also, einfach mal gespannt sein, ich selbst bin es auch, wenn ich ehrlich bin, ob das was wird oder nicht. Bis jetzt sieht es eigentlich, ähm, ganz cool aus, ich meine, klar, Details fehlen natürlich noch en masse, aber für das, was bis jetzt ist, man kann es schon mal erkennen. Ähm, ja. Hier unten drunter, aber ich glaube, ich, da brauche ich eigentlich nicht mehr so viel dazu erzählen, ich meine, in der Bauphase hat man natürlich schon wirklich genug gesehen von der Bahn. Hier vorne ist natürlich so, ich glaube, das kann man eigentlich, kann ich eigentlich noch verraten. Hier würde ich ganz gerne das so machen, dass man sagt, okay, man hat hier nochmal eine, eine separate, na komm, eine separate Kammer zum Beispiel hier so ein bisschen, wo man dann auch sieht, dass hier diese Schiene noch unten durchfährt. Und hier nach oben, so ein bisschen wie beim Disneyland in, was ist das hier, ähm, Space Mountain, wo man nach oben geschossen wird und auch nochmal so ein kleines bisschen Beleuchtung mit dazu ist. Und, ja, das ist eigentlich alles, was ich euch jetzt verraten werde. Ich habe schon, ja, ich habe viel mehr geplappert, als ich wollte eigentlich. Ähm, gestern war ja noch auch ein Update. 735 MB, glaube ich. Ich habe jetzt nur nicht mitbekommen, für was eigentlich. Ähm, performance-mäßig hat sich noch nichts gemacht, habe auch noch nicht gesehen, für was das genau war, das, ähm, das Update. Aber mal gucken. Hier seitlich zum Beispiel, das kann man noch ganz kurz machen. Fahren wir dann quasi wieder in die Sphinx mit rein. Fahren hier ohne Abdeckung vorbei. Und kommen dann hier in diesen, in diesen Bremsbereich quasi. Da wird natürlich auch noch ein bisschen Verzierung mit reinkommen. Auch so ein paar Steine, die wohl noch irgendwie in der Gegend rumhängen. Beziehungsweise vielleicht sogar, ähm, so Steine hier entlang gereiht. Also diese, was wir jetzt fürs Dach nehmen. Hier lang gereiht. Ähm, dass es so aussieht, als würde eigentlich die Bahn vielleicht sogar in dem, im Stein fahren. Ich glaube, das wäre ganz cool. Hier unten drunter nochmal so ein bisschen als Verabschiedung. Verabschiedung, vielleicht gibt es so ein paar Figuren, ich hoffe, da kommen welche. Dann kann ich die hier noch mit reinsetzen. Und, ja, dann ist man eigentlich hier eh schon durch. Die Fahrt selbst, ich hab's noch gar nicht, ich hab's noch gar nicht getestet. Aber hier, wenn man reinkommt, sieht schon sehr cool aus, finde ich. Ähm, ich hab's noch nicht getestet, beziehungsweise noch nicht gemessen eigentlich, wie lang die Fahrt ist. Aber ich glaube, dass es um die drei Minuten waren, die, die komplette Fahrt. Und, ja, hat schon was. Gut, also, das war's von der Stelle aus. Wir sind hier, wie gesagt, Baustelle Ägypten. Es wird weitergehen. Allerdings jetzt mit neuem Content erst, wenn die Beta da ist. Also sprich, morgen. Das heißt, morgen kann ich aufnehmen, hab ich ein bisschen Zeit. Und wahrscheinlich werde ich es erst mal so machen, dass ich ein bisschen was vorstelle. Vielleicht kommt am Mittwoch sogar ein Video schon. Müssen wir mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Könnt ihr euch auch überraschen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es mir derzeit nicht ausgeht. Aber ich werde morgen auf alle Fälle aufnehmen, dass Donnerstag hier einiges vorwärts geht. Jo, also, ich sag danke fürs Zugucken. Macht euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.